Moin und herzlich Willkommen zur aktuellen Videoausgabe in der Day & Swing Trading Sektion der Formationsdata am Donnerstag, dem 11. September 2014 und was halten sie eigentlich davon wenn wir mal wieder einen Index Tag einlegen und einfach mal gucken wie eigentlich der Gesamtmarkt aussieht bevor wir wieder die 100. Commerzbank Runde und die 250. AT&T Runde drehen. Kurz nur, auch Rubis, denken sie dran, haben wir mal so eine Triggerliste drin und denken sie da dran, hier gibt es eine mehrfache Widerstandszone horizontal, 200-Tage-Linie plus die trendbegrenzende Linie, eine gute Zone um gegebenenfalls ein Take-Profit durchzuführen und dann zu gucken ob der vielleicht sogar durch diese Widerstandszone durchschießen kann oder nicht, wahrscheinlich ist es nicht, aber wenn das passiert, wäre es sehr interessant im Bereich des Take-Profits, ich will nicht falsch sagen, sind es glaube ich dann 4% auf der bullischen Seite, die wir realisieren können. Wir schauen auf den DAX, der DAX eröffnet gerade hier mit einem höheren Hoch und hat Potenzial eine Fortsetzung zu machen in Richtung 9,8. Ich hatte Ihnen gestern, wir gucken mal einmal auf den 15-Minuten-Chart, hierüber gesagt, wir haben Potenzial erstmal die 9,6 abzuarbeiten, wenn die jetzt besonders viel bringen wollen. Die Bären können sie vielleicht noch hier in Richtung 9.760 laufen, es hat aber nicht ganz gepasst, denn wir machen nur das Tiefenbereich von 9.633 und hatten wir aber gesagt, von der 9.600 sehen wir eher Potenzial, dass diese offene Kursdücke geschlossen wird und das machen wir auch. Mittlerweile haben wir hier eine trendbegrenzende Linie Bullish aufgelöst, wir springen also wieder mit einer Kursdücke oben drüber und alles, was hier in Richtung 9.710, 9.700 kommt, ist eine wichtige und potenzielle Unterstützung. Dann sollte der Markt zunächst einmal eine Fortsetzung in Richtung 9.770, möglicherweise 9.800 machen. Das heißt, Daytrader können diese Zone 9.710, 9.700 nutzen, müssen darauf achten, dass der Markt das hier nicht mehr ausnimmt im Bereich von 9.660 oder das hier 9.630, dann haben sie aber kein gutes Chancen-Risiko-Verhältnis mehr und das gilt es dann wirklich in Richtung 9.775, das ist das Hoch hier vom 5. September, wenn ich nichts Falsches sage, jawohl, zu Traden möglicherweise in Richtung 9.800. Erst, wenn der Markt es schaffen sollte, die Zone um die 9.800 aus dem Weg zu nehmen, insbesondere noch ein Ticken höher, nämlich 9.870, dann hat der Potenzial sofort in Richtung 10.000 zu laufen. Das ist die weniger präferierte Richtung. Die präferierte Richtung ist, der Markt gibt hier diese mehrfache Unterstützung mit 20, 50, 200 Tagen in die Bärisch auf und hat Potenzial in Richtung 9.2, 9.1, 9.080 zu laufen. Das muss er aber erstmal machen. Erstens und zweitens wird er, wenn er das aufgegeben hat, möglicherweise auch nicht in einem durchfallen, sondern nochmal einmal hier die Zone um die 9.370 testen, vielleicht nochmal zurückkommen und dann durchlaufen. Also das abwarten, bevor man hier eine vielleicht Zwingposition auf der Short-Seite platziert. Daytrader orientieren sich hier erstmal zunächst in Richtung der Bullischen Bewegung, zumal wir einmal auf den Stuttenschat geschaut, hier jetzt eine neue Range aufgebaut haben. Das ist hier unsere neue Range innerhalb dieses aufwärts gerichteten Trendkanals. Unterstützung mit der Trendlinie und der horizontalen Zone 9.644. Sie sehen also, diese Unterstützung ist doppelt und wenn wir hier diesen Widerstand im Bereich von 9.770 aus dem Weg geräumt haben sollten, dann können wir sogar in Richtung 9.800 laufen. So lange gilt es eben diese Trend begrenzende Linie bis hierhin zu traden für die Daytrader. Daytrader. Zweitens, 200-Stunden-Linie schraubt sich immer weiter hoch und unterstützt zusätzlich diese Kreuzunterstützungszone mit der 20, 50 und 200-Tage-Linie. Die ist aktuell bei 9.450, aber die kommt hier immer weiter höher und wird durchaus für den Fall, dass der Markt irgendwann mal dann hier hingekommen ist, genau diese Zone additiv unterstützen. Das bedeutet, Sie sehen, wir haben hier die 200er im Bereich von 9.540 und die 20er im Bereich von 9.510. Die kommen immer weiter zusammen. Das heißt, eigentlich könnten wir unsere Ellipse dann immer kleiner machen, weil die gleitenden Durchschnitte eben auch zusammenkommen. Wenn wir uns den Euro-Stocks anschauen, dann muss man sagen, der Euro-Stocks ist der stärkste von allen. Und das, was der hier macht, sieht aus wie ein Bull-Pullback. Sehr schöne bullische Bewegung, Gegenbewegung mit dem höheren Hoch hat der Potenzial in Richtung 3.300 möglicherweise in Richtung des Hochs, was wir im Juni dieses Jahres gemacht haben, zu laufen. Entscheidend ist, dass man bitte richtig rauszoomt und diese Linie nicht verpasst. Unterstützung, Unterstützung und schauen Sie sich das mal an. Dann wird das nämlich zum Widerstand, wieder zum Widerstand und das wartet eben, ebenfalls auf den Euro-Stocks 50, eine Kreuzwiderstandszone psychologischer Marke. Jahreshoch plus zwei Trendlinien. Es wird schwer, für den Euro-Stocks hier durchzugehen. Ich weiß nicht, ob der jetzt einen Tag, zwei Tage, drei Tage und ob der vielleicht sogar hier die 3.320 erreicht, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es schwer werden wird, darüber hinaus etwas zu machen. Und für den Fall, dass der Markt hier ein kleines bisschen hochkommt und es nicht wirklich schafft, zumindest in Richtung dieser Hoch zu laufen, sondern die höheren Hoch zu machen und kurzzeitig schon die Unterstützung hier mit dem Hammer bärisch aufgibt, dann ist das ein Zeichen der potenziellen Schwäche. Dann hat der Markt wirklich Potenzial, wieder in Richtung der 200-Tage-Linie zu laufen. Der Euro-Stocks 50 ist aber aktuell der stärkste unter allen europäischen, beziehungsweise den Indizes, die wir uns heute anschauen wollen. Wenn wir auf den MDAG schauen, der MDAG sieht von allen am schwächsten aus. Der hat hier deutlich die 200-Tage-Linie unterschritten, hat eine klare Verkaufsformation. Das Momentum zeigt nach unten. Und wir haben im Gegensatz zum Beispiel zum DAX, haben wir uns hier richtig fein säuberlich an dieser Trend-Linie über den Wochenchart gehalten und schaffen es da nicht drüber zu gehen. Sie sind noch unterhalb der 20-Wochen-Linie. Der DAX ist sowohl oberhalb dieser Trend-Linie als auch oberhalb der 200, verzeihen Sie, 20-Wochen-Linie. Wir machen hier das hoch, machen klar stärkeren Pullback und haben hier unsere Kreuzunterstützung im Bereich von 16.100. Also das, was beim DAX mit der 200-Tage-Linie zusammenkommt, 200-Tage-Linie höher, zeigt die relative Schwäche. Und das ist hier die entscheidende Zone. Spätestens unterhalb der 16.000, hier auch mit diesem Hammer, was gekauft worden ist, wenn das unterschritten werden sollte, ist das Ziel 15.600 und 15.400 auf der bärischen Seite. Auch der TechDAX hat hier eine Kreuzunterstützung sich aufgebaut. Genauso wie der DAX 200er, 20er, 50er. Entscheidende Zone ist hier 1240. Wenn sie bärisch aufgegeben wird, muss man zumindest auf diese Linie achten. Die ist hier im Bereich von 1220, kann nochmal eine Gegenbewegung machen, aber wenn das hier bärisch aufgegeben worden ist, mit dieser Unterstützung, dann hat der wirklich Potenzial zumindest als erstes in Richtung 1.190 zu laufen. Auch Potenzial hier in Richtung der Tiefs bei 1.160 sich zu bewegen. Bleibt mir nur noch Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit zu danken und natürlich Ihnen zu sagen, wir sind nachher gleich wieder für Sie da mit einer neuen Ausgabe schriftlich zu den Forexes. Silvio ist nachher da mit einer neuen Ausgabe zu den US-amerikanischen Indizes und selbstverständlich schauen wir heute Abend wieder gemeinsam auf die Rohstoffe. Sind Sie ganz herzlich eingeladen wieder mit dabei zu sein. Mein Name ist Hamid Aschari und ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag.